ich check's nicht einfach nur ass, einfach nur ass das ist ne Fünferreihe direkt, ass, jawoll jaaa 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 ich hab's geschafft alter, ich hab's geschafft bam 4350 oh, ich hab die white line gekriegt schön, schön, was das für ein oh, schmackofatz bild, freunde, krank 4350 auf Zwanni, schön boah hört euch diesen Sound an boah, schön alter geiles Teil, er macht wirklich das Ass doch noch, nur auf 20700 durch dieses wunderschöne Bild in Jollys Cap nehm ich die Mumie in der Hoffnung, dass wir jetzt was krasses kriegen let's go, freunde seht ihr nur hier, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen 1000 Euro let's ach 300 Euro sind das nur digga, ich dachte, das ist für ein 1000 Euro ach, weil das so oh, wie öde war das denn ich dachte, das wäre viel mehr das sind so 300 Euro bei dem Spiel krass, oh, okay egal, Hauptsache die Mumie komm Mumie, Mumie, Mumie ja ach du scheiße mach voll, mach voll, mach voll, mach voll, mach voll, mach voll, mach voll jawohl vollback Mumie wieder in dem Game let's go, freunde let's go, let's go, let's go, let's go let's go 5000 Euro, Alter jammern, 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 jammern ich habe es wirklich gecallt geil, 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 geil nein ach du scheiße mach, mach nochmal, mach nochmal komm, komm, komm Mumie, Mumie boah, das wäre so krank aber das zahlt ein Vierer denn nochmal 1500 Euro stehen auf 6800 Euro krass 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 mit der Mieze so und da hoffe ich jetzt auf Miezenvollbild erstmal Verlängerung würde ich nehmen mach doch Mieze oder Verlängerung irgendwas aber doch nicht gar nichts jawohl so jetzt come on come on, 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 come on ja und jetzt noch eine bitte komm bitte mach's, 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 mach's ach schade alles muss 1000er sein schmeckt Geld wieder drin sauber komm, gib mir nochmal die Chance auf Vollbild jawohl boah, mach's einfach, come on das wäre so geil ja komm, nur ein, nur ein, nur ein, nur ein komm, komm, Mieze, Mieze, Mieze yes 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 Junge, geiles Ding Digga ich knall das Ding auseinander 4000 Euro boah, schön, Alter das ist geil sehr, sehr schön ich wollte nämlich auch über 10.000 irgendwie kommen und da sind wir tatsächlich auf 12.000 Euro ja, endlich boah, ich bin auch richtig sauer geworden, wie ich gezockt hab mach das zu Hause nicht nach, auf keinen Fall auch nicht so wir gehen rein 50 Euro fach wir haben ordentlich was aufzuholen bin gespannt, ob der überhaupt irgendwas veranstaltet eine Verlängerung wäre natürlich krass mach die Verlängerung einfach natürlich nicht, erstmal ein Scatter bisher noch kein Wild gemacht, ist auch krass 100 Euro wir brauchen hier den Kopf, zweimal voll oder so gut ja, vielleicht doch ein Comeback aber ich will noch nichts sagen man soll den Tag nicht vor dem Abend loben jetzt ein paar Wilds rein zwei Stück schade eins, aber immerhin so viel kann der, ne wenn er den jetzt alleine schon durchzieht paar Mal ja, guck hier oben noch einen rein wäre nochmal 1450 nice wäre nochmal besser gewesen ja, Wolf vielleicht schaffen wir jetzt echt zum Kopf dann ist alles wieder in Butter wenn er den ein paar Mal voll macht das wäre geil come on komm, mach noch einen Wilds mach jetzt noch einen Wilds let's go mach einen Wilds eins noch jetzt, jetzt nur zwei mach die Wilds komm oh, schönes Bild da noch zwei rein zweieinhalbtausend ja man 4700 und Wild, Wild, Wild egal 4700 ist gut das meine ich dann hast du die 5 Millen wieder drin gar nichts gesagt ja augen zugemacht und zack wir sind drin Alter oh, geil dann bin ich zurück gell mit Joey jetzt komm 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 wünsch mir Glück, Freunde let's go komm, mach ein paar rein ja und da direkt nochmal zwei ja oh mein Gott ja ja im dritten pro Dreh 500 schon jetzt oben einen rein da einen rein Moment das kann richtig knallen das kann richtig knallen komm mach es doch einmal bitte voll da oben nein mach da einen noch rein hier auf vier hier oder da macht keiner mehr aber trotzdem schon krasser ich hab das jetzt einfach so durchgepusht die ganze Zeit 3900 schon ja ist schon oben jetzt einfach ein komm letzter oh, der ist gut was macht das Gesamt aber wir haben keine Fullreihe bekommen 5400 Euro wir sind hoch auf 14.000 Euro und da muss ich mal gucken sind 28 gestartet 3000 Minutes dann ich hoffe nochmal auf den Prümbach komm gut 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 jetzt direkt nochmal zwei ja ja im dritten vier jetzt komm jetzt komm mach mach jetzt gleich mal fünf komm jetzt zum fünften im vierten das wärs doch das wärs doch komm jawoll wir haben im fünften fünf Dinger wir kriegen jetzt nur noch Vollbilder also wenn da jetzt nicht mal ein Premium Symbol kommt dann krieg ich aber ein Raster schönes Ding hier komm 40 Euro sind das halt nur wir brauchen ein Premium Symbol ja sowas ist doch in Ordnung oder was macht das 200 250 gut und jetzt diese Mumie oh 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 was macht das was macht das 2000 Euro das ist der Beste gewesen und ich hab's wieder nicht gecheckt jawoll mach den nochmal Alter wir haben's geschafft Mann sauber Geld ist zurück und geile Freispiele komm mach nochmal nochmal das 2000 Euro Ding ah gut wieder schön 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 das ist heftig die ganze Zeit Vollbilder 250 2,6 nochmal Medusa ah ok was macht der was macht der fühlt sich auch an wie so eine Demo kriegst die ganze Zeit Vollbilder was ah 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 ich wusste nicht dass die so hoch sind 4000 Euro Freunde ja Dummheitsschutz vor Gewinn nicht ne ah 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 6600 Euro in den Game oh ah ah fast 7000 Euro auf 2 Euro oder sind 7000 ne 6.930 Euro im Mystery Museum haha Grüße gehen raus oh ich riske alles ah geh doch mal mit nem geilen Bild rein ey 1400 Euro ok ich muss sagen ich hab mit Mieze Katze immer Glück gehabt ne mach mir die Mieze aaaaaaah 1000 Euro er macht die so voll und nochmal voll geil Alter boah ist das ein starkes Bild Alter ist das geil boah pfff boah ja man Alter er gibt mir das Vollbild Imposido 11.550 Euro Bild er macht auch nicht nur die voll er macht die mit Vollreihe voll Alter Verwalter Bam Alter auseinandergepflückt das Ding endlich mal wieder endlich mal wieder ein geiles richtig geiles Ding oh 14 Euro fach 11.700 Euro Imposido schön wunderschönes Bild Alter wunderschön er macht wirklich 5 5 Miezen ich sag noch mit der Mieze habe ich echt Lack und dann knallt er mir die Fool auf 14 Euro 0 Euro drauf gehabt 11.900 jetzt drauf schmackhaft die das ich sagen kann ich habe im Big Best Amazon Extreme Max Buys gemacht 2.500 Euro ob das so clever war jawohl wieder 4 Scatter ja man ja man ja man ja man immer auf den größten Bonus bei Pick a Pot gut ja okay besser geht nicht komm besser geht nicht wir haben fast alles auf 25 dann muss doch jetzt mal was werden oh auf Max bei komm jawohl Alter ja man ich glaube jetzt wird es was jetzt wird es was weil ich wieder übertrieben habe let's go jetzt komm wir sind jetzt schon mal 2 der muss einfach nur auf diesen Typen da rein scheppern 24 Spins mach den einfach da oft rein und prank uns nicht weg komm schon jawohl gut stell mal vor du kommst bis mal 50 auf Max-Einsatz 1.250 nice 1.7 gut Junge dann ist ja alles vorbei jetzt hier im Frumsi boah das wäre krass das wäre überraschend ja gut bewundere mich nachts ne okay boah der legt eigentlich hier los wie die Feuerwehr finde ich eigentlich nicht schlecht 750 nochmal sehr gut 2.5 gelb drin plus 16 Spins noch offen komm schon komm schon komm schon machen wir rein der ist jetzt entscheidend komm jawohl alter ok ok und der macht irgendeinen Drop nice nice wie viel ist das oh das ist viel 1250 nochmal sehr sehr stark geil alter 3750 und wir haben noch ordentlich Spins komm mach den rein komm schon ein einzigen jetzt komm mach den rein der ist enorm wichtig ja geil das Ding hab ich kaputt gemacht 4500 schmeckt geil und jetzt einen richtig dicken schöner auf mal 3 oh stell mal vor da das kann uns hier richtig zerreißen das Ding jetzt hat er alle Optionen wenn er jetzt wenn er jetzt geben würde komm mach den rein allein sowas 500 mal 3 schmeckt immer ja schmeckt immer 1125 junge 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 das Ding geht hoch 5600 geil alter weiter weiter nie aufhören boah stell mal vor mal 10 alleine zu kommen wäre so heftig das ist halt auch auf maxeinsatz 750 gut 6000 ach Digga mach noch 2 dann sind wir mal 10 ach du scheiße ja endlich mal wieder alter so ein richtig richtig schöne Freispiele alter ah 1500 schmeckt ein einzigen für mal 10 kriegt das hin kriegt das hin komm schon oh Digga dann glaub ich gar nichts mehr komm impf rum sie komm oh Digga das wäre alles so teuer mach es rein schon wieder richtig herz komm nein rein rein einen einzigen Digga ja der hat nicht mal den Sound gemacht und der ist drin 1125 wir sind auf mal 10 auf 25 9000 Euro insgesamt wie krank ist es wie krank ist es einfach nur geistes geisteskrank schon wieder mal 10 jetzt knallt alles egal was er macht wenn er jetzt Wilds rein macht knallt na gut außer er macht nur 125 aber dann knallt ja trotzdem Tobi komm mach einen rein einen Dicken Junge wie clean der sich einfach bei 9k so hoch spielt oh mein Gott 2.500 Euro für 225er Fische Hilfe ist das krank oh da ein rein ne mach mal 500 ich sag's noch er macht's wirklich Alter 3750 ja nicht ganz 500 aber wie krank ist das 15.000 Euro in diesem Game 5 ach du Scheiße Digga es fehlt auch nur einer für mal 20 jetzt ist alles vorbei jetzt ist alles vorbei 8.750 Junge ich hab das Ding komplett da wären wir auch mal 20 gekommen ich hab das Ding komplett zerpflückt 24.000 Euro auf Max Einsatz im Big Best Amazon Extreme Junge du kannst das einfach Alter du kannst ich kann's schon wieder nicht fassen was hab ich mit dem Ding gemacht aber so ganz entspannt hat er das einfach auf selbstverständlich jetzt rausgeknallt Ding und den letzten in rein abfahrt jetzt hütten 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 gut mal 3 nochmal oh ja sehr gut und jetzt hinten ach du Heiliger jetzt mach die Walze 4 einmal die sind übel gute hütten wenn der Walze 4 jetzt mal 3 macht oder so knallt's komplett ja jetzt knallt's jetzt muss das muss 43.000 43.000 ja man ich hab's geholt Alter ich hab's geholt wieder wieder Alter wieder Doc House Digga jawohl nochmal ein richtig dickes Bild 38.000 47.631 Euro in Doc House Alter ja man in Posido ja das ist es Alter das ist es geil Alter ja man ja ja Jubel ja der der arme ja 47.631 ist das geil Alter ist das geil ach geil Alter was war das für ein dicker Banger was macht der wenn der die hinten noch reinsetzt oder war da hinten einer ich hab's nicht richtig gesehen also sonst wäre 100.000 oder so Alter guck mal der ist jetzt hier im Posido die ganze Zeit am hochziehen wie lang soll das denn dauern ich drück mal drauf ja man ich hab's endlich wieder geschafft hab aber auch viel verballert zwischendurch 63.800 auf dem Tacho im Posido Casino ich beruhig mich ich lass gut sein mega win mega win doghouse mit dem dog werde ich heute feiern krank krank heftig geil ja falls ihr mal zocken wollt checkt links in der video beschreibt vergesse die glücksspiel kann sich man spielt bitte nur mit dem geld was ihr überhaupt das ist definitiv nicht immer die realität wisst ja auch selber wie viel ich zwischendurch verknall aber ist jetzt auch egal ich hab wieder 63.000 auf dem tacho geil